Hallo, mein Name ist Paddy Schuch. Ich bin 43 Jahre alt und wohne seit meinem ersten Lebensjahr hier im wunderschönen Eddersheim. In meiner Freizeit engagiere ich mich leidenschaftlich und sehr intensiv für den hier ansässigen FC 1931 Eddersheim. Ich bin Geschäftsführer des Vereins und seit meinem 17 Lebensjahr in diversen anderen Funktionen hier auch tätig. Mein Herzenswunsch für die nächsten fünf Jahre ist zum einen die zeitnahe Fertigstellung der Stadthalle in Eddersheim, weil die kulturelle und in der Außendarstellung für die Stadt ein sehr wichtiger Faktor ist. Und außerdem wünsche ich mir hier zu meiner Linken, dass es bald losgeht mit dem ersten Spatenstich für unser neues Funktionsgebäude, das mit Tat oder mit sehr großer Unterstützung der Stadt Eddersheim einen enormen Mehrwert für unseren Verein haben wird. Und kurzfristig wünsche ich mir für uns alle, dass diese doch enorm bescheidene Situation bald ein Ende hat und bleibt mir gesund und alles Gute. Meine Heimat ist Hattersheim. Deswegen liegt mir Hattersheim am Herzen.